Du, Onkel, ja, was denn? Kannst du von allem nicht genug kriegen? Ja, richtig, du sagst es. Ich mache einfach in meinem Brot drin, was mir schmeckt. Was ist denn jetzt alles drin? Na ja, zum Schluss habe ich noch ein bisschen Joghurt. Ordentlich Joghurt, 10%. Und getrocknete Tomate oben drauf gemacht. Und noch ein bisschen Mehl rein. Und mit Liebe schön umgerührt. Und jetzt wird die Sache spannend gemacht. Und sie kommt in den Bratenbackofen. Und ich möchte wie eine normale Kastenform heute mal machen. Ich will heute mal ein Bauernbrot machen. Balkansteil, verstehst du? Ein bisschen Campingcharakter. Nicht immer den gleichen Plunder, nicht immer die gleiche Straße gehen. Auch mal in andere Ecken drin kicken. Onkel, freust du dich schon drauf? Ja, natürlich. Ich freue mich, dieses Brot nachher anzuschneiden, euch das mitzuteilen. Ich werde eine Aufnahme davon machen. Und dann kommt da dick Butter drauf und Salz und fertig, passt da aus. Weil der Belach, der ist schon drin. Hihihi.